oh alter mir das scheiß ding ja lass mich in ruhe hinter mir vor mir ach da hey hey ho kruppelauge meine erfahrungspunkte liegen erst mal hinten schön vor sich hin rum so ne es kann ja wohl nicht sein es kann einfach nicht wahr sein mann mann okay es reicht von stein wird auf jeden fall knapp wahrscheinlich aber ja nicht 1 2 3 4 5 knagelig nach oben nochmals und 1 2 3 4 5 ne braucht also immer 15 pro fenster dann wird das wohl nicht erreichen hier noch mal von mir weg sind sogar sechse weg war ja mann ich dachte erst noch es reicht aber leider nicht hallo lass mich doch mal fertig bauen immer diese ungewöhnlichen menschen ist schlimm kriegen nie noch alter ist sich so einfach geht das große meine erfahrungspunkte da danke er wollte ich doch nicht hau ab du scheiß wie hau das ist noch ein stück höher kaum zu glauben wie die alle hier nerven sehr nett dass ihr mir leveln helfen wollte aber ich glaube zu euch wenn probleme man mann 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 alter können wir nicht mal in den ruhe lassen auch doch ab so haut ihr doch alle ab mal Prozent Piss dich Piss dich du dich genauso ah du dich genauso sagte ich sehr schön Level 5 haben wir erreicht oh alter Schild äh wo alter kleiner gepanzerte Mini-Zermi der ist sehr fies vor allem in voller Rüstung das kann ja wohl nicht sein hier alter pisst euch doch einfach alle jetzt lass mich erstmal in Ruhe essen zau doch ab du genauso piss dich ich weiß dass du einen verzauberten Bogen hast ey 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 oh jetzt kommt der nächste an ja ich weiß ich hab deine Kameraden getötet bla bla am Arsch und so ne da ist noch einer ja ach 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 noch einer Mensch 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 Alter sind spawnen jetzt hier alle direkt schon es besteht ja die Wahrscheinlichkeit dass die spawnen aber ich glaube ich also wenn ich einen töte das neue spawnt aber ich dachte nicht dass die so hoch ist so jetzt lass mich aber mal hier durch ne so dann schmitte ich kurz den Scheiß weg den ich nicht brauch so was hier das brauche ich euch auch nicht ach ach guck doch ab Zombie äh 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 weg den Scheiß so jetzt lass mich einfach in Ruhe schlafen ne ich würde euch nicht mehr sehen dann seht ich mich auch nicht mehr sind alle glücklich und zufrieden oder so ne fertig ich so einfach ist die Kiste. Zack und schlafen. Oder so. Erstmal Türen zu. Dann essen. Dann, ja, schlafen erstmal. Ah, schon wieder gespickt mit Pfeilen, ey. Das Schlimme ist das, ne? Das geht ja echt gar nicht klar. Ja. So. Ich werde jetzt verzaubern. Ne? Ne. Tun wir jetzt mal. Äh, ne. Nicht verzaubern, sondern kombinieren. Sehr schön. Och, das ging ja gar nicht. Tja. Hm, aber nicht. Ja, das Buch hätte ich sowieso sonst nicht gebraucht. Benutzt muss man doch alles mal. Aber ich habe vorhin nicht genug, nicht genau gelesen. Nicht genug gelesen. Ja, das vielleicht auch. Ach, die Erde kann ich schon mal wegpacken. Das ist ja erstmal. Geil. Äh, so. Hau weg, den Dreck. Megawitz und so. Äh. Na, ich bin heute echt zu. Sowieso für den Witzen auferlegt. Wie sonst kaum was. Boah, alter. Willst du mich stressen oder wat? Oder wie oder wat? Hä? Gibt es nicht auch so eine, so eine, äh, Mini-Köpfe? Also wie die Wizard-Skelettschädel. Von Menschen. Wüsste ich gerne mal, wie ich da rankomme, weil die würde ich denn hier so ausstellen, so als Figuren. Das wäre ganz cool, ne? Wäre gar nicht so schlecht, denke ich mal. Ah, ich brauche... Ich hätte gerne noch ein paar Steinchen, aber da... Äh. Gern noch ein paar Steinchen mehr. Na egal. Ich werde nochmal kurz jetzt schon ein bisschen planen, wie ich das hier alles mache mit dem Gold und so. Haha. Machen wir das mal, machen wir mal. Da so. Essen. Da so. Könnte man tun. Hier so. Dann... Nein, da. Ne? Einfach damit alles ein bisschen schön aussehen, werdet ihr da gleich sehen, was ich da tue. Ich hoffe, das sieht ja auch aus. So. Hm, und hier... Kommt da einer hin, fertig. So, dann schauen wir uns die Goldblöcke. Da. So hin, ne? Äh. Und da. Dann machen wir mal kurz das Lapis Lazuli hier rein. So. Passt das doch. Wir schnappen uns die Zäune hier. Hm, hm, hm. Und dann hier so, machen wir mal. Hm. Oder, ne, eher so. Hm, dann immer abwechselnd. Ja, da wird es mit einem Goldblöcke vielleicht auch noch... Ach, ich habe ja noch... Ich habe ja noch genug Gold zu Hause rumschwirren. Dass das... Ah, Mann. Ist natürlich jetzt doof. Machen wir mal kurz diesen hier. So. Ähm. Mal sehen, ist das too much oder nicht? Hm, kann man so lassen, mal. Kann man so lassen. Also braucht man pro Säule vier Goldblöcke. Beziehungsweise da oben noch fünf. Muss ich mal gucken, wie es mit der Decke wird. Vier bis fünf Goldblöcke. Gut. Dann tun wir das mal kurz bauen. Ich habe ja hier sonst noch so... Äh. So. Passt. Ja. Ist voll drauf. Oder so. Und... Genauso. Sehr schön. Sehr schön. Mann. So. Ach, ja. Ja, genau so. Nein. Äh. So. Na, da werde ich mir gleich noch ein paar Goldblöckchen basteln müssen. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Denke ich mir mal so. Na los, tu doch da hineintun. So. Dann hole ich mir auch gleich mal ein Glas, wenn ich mir Gold hole. Dann mache ich gleich noch ein bisschen Glas rein. Dann habe ich da noch was rumliegen, zu Hause. Mal drum schwirren. Ähm. Und dann wird das hier irgendwann mal werden. Ich denke mal, in diesem werde ich dann die Namen tapen. So, na. Je nachdem, wie viele dann hier mal kommen werden. Immer so viele werden es letztendlich doch nicht sein. Aber man kann ja nie wissen, ne? Äh. Nein. Sie hat heruntergefallen. Wieso denn bloß? Na, so geht es natürlich auch. Aber trotzdem ist sie heruntergefallen. So, da fehlt hier ein Block. Ein Goldblock fehlt nur, aber. Krass. Ich mache trotzdem noch ein paar mehr. Einfach, weil ich es kann. So. Bevor ich mich da umsonst zweimal hochbaue, lass ich es bleiben. Yeah. Voll die Taktik. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ähm. Weil ich werde jetzt... Vom Prinzip her wird es dann natürlich wieder wie beim Häuschen. Da mit, äh, dann Fackel dazwischen und so. Also dann wäre hier eine Ebene, wo die Fackeln dann draufkommen. Das werde ich dann natürlich nur, ja, zuerst bauen können wir die Steine dann da sind. Logischerweise. So. Aber trotzdem. Ähm. werde ich das erstmal nur so hochbauen. Knack. Mach das da mal wieder. Und ich kann das immer noch wieder betonen, nie wieder mit Ziegelsteinen, ey. Niemals wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nein, nee, da, ich echt. Also, selbst bei so einem kleinen Häuschen kackt das ja schon übel rum. Wie viel mal da brauche ich so, ne. Nein. Ach, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Und es muss ich auch schon wieder warten. Nicht, dass ich hier noch nochmal sterbe, weil ich nichts gegessen habe. Wenn ich hier froh und mutig in den Tod springe quasi. Das wäre ja nicht so cool. Einmal so. Oh, so. Na, ja, passt. So. Hm, knack macht es da mal wieder. Ich glaube, ich sollte auch nochmal... Ach, nee. Keine Ahnung. Puh, alles. Äh, na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Voll verwirrt, ey. Guck mal, wie blöd er ist. Und so, ne? Knack. Und das war's dann. Essen. Das war's dann mit den Ziegelstellen. Yay. Also, Glas und Gold. War mein Ziel. Und knacksen nach Stuhl kommt auch ab und zu dazu, ne. Wie das halt so ist... Oh, ah. Wie das halt so ist, komme ich hier nicht rüber. Mit Camtasia ist die Aufnahme voll doof, ey. Es ruckelt immer so ab und zu, habe ich das Gefühl. Ich weiß ja nicht, ob man das später im Video sehen wird, aber... Ich merke es doch. Und das ist was Schlimmes. Ne? So. Hä? Krass. Na, egal. Na, egal. Und ja, rückwärts. Krass, oder? Was ich nicht alles kann. Gold. Ach, ne. Jetzt wird... Ach, schade. Ich werde immer noch... ein paar dann übrig haben. Ach, Mann, ey. Das ist aber auch gerade viel zu umständlich. Nur weil ich einmal aus Versehen... So, ja, so. Genau, jetzt fehlen mir nämlich noch zwei, die ich übrig haben muss. Später. Werde ich hier natürlich nicht ganz rauskriegen. Da werde ich dann letztendlich... Wird mir gleich nur noch einen Goldbarren fehlen. Noch einen Block zu machen. Genau so. So. Aber egal. Den werde ich mit Sicherheit auch bald wieder kriegen. Erstmal mit Essen. Ah, na. Obwohl, was haben wir noch so drin? Ah, da haben wir doch schon Gold. Sehr schön. Ähm, ansonst brauche ich hier von... Denk ich mal ja nichts. Es sind immer so wenig Pflasterstände, dass es sich gar nicht lohnt, die mitzunehmen. Also... Ab hier hin. Gold. Das sind natürlich genau 9 Gold, könnten sich 10 Gold sein. Mann, Mann, Mann. Glaserch ist natürlich auch wieder nicht mitgenommen. Ach, woran denke ich denn eigentlich um was für schlimm? Na, guck gleich nochmal bei den Schäfchen vorbei, dann sammeln die Münzen rote Wolle. So ein theoretisch natürlich. Das wird ja schon wieder nacht, ey. Das ist schlimm. Schlimmes das. So, knack macht es da. Hm, die Rauf. Gold rein. Dann holen wir uns zwei Kohle. Schnell. Zack. Ah. Gucken quer durch die Gegend. Voll verpeilen und so. So, meine Schäfchen. Ich komm.